Das war echt ein ganz blöder Rat. Danke, Lil. Aber weißt du, was scheiße ist? Als ich oben auf dem Leuchtturm stand, ungeachteter Umstände. Das ist, als würde man in die Vergangenheit reisen, stimmt's? Sei einfach mal still. War's atemberaubend. Und ich hab es vergeudet. So wie ich mir viele Orte ruiniert habe, weil ich mit der falschen Frau da war. Geh mit der richtigen Frau nochmal hin. Ich weiß nicht. Ich fürchte, dass einem Menschen im Leben nur eine bestimmte Anzahl an Leuchttürmen zugeteilt wird. Und ich hab meine schon aufgebraucht. Tja, Kinder, so dumme Sachen sagt man, bevor man der Person begegnet, die bei uns den Reset-Knopf drückt. Die alles wieder neu macht. Die es lächerlich wirken lässt, dass du je gezweifelt hast. Denn keine zwei Jahre später... Sieh's dir an. Das ist, als würde man in die Vergangenheit reisen, stimmt's? Genau, das hab ich damals hier oben auch gesagt. Wieso konnte ich nicht schon vor zwei Jahren mit dir hier sein? Das war wahrscheinlich besser so. Wenn du reierst, muss ich auch reiern. Das weißt du. Jedenfalls danke, dass du jetzt mit mir hier bist. Danke, dass du mich hergebracht hast. Wow. Es ist wirklich wahnsinnig schön hier. Ich wüsste nicht, wieso ein Moment noch schöner werden könnte. Naja, dann werde ich's mal versuchen. Wow. Willst du? Ja. Du hast mich nicht mehr... Ja, 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 ja. 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 Du hast mich nicht mehr... In the best, in the best, in the best, you got to, nobody's ever man, you got to squeeze her, don't squeeze her. Verdammter Mistkerl! Verdammter Mistkerl! Untertitelung des ZDF, 2020